Und damit Keoletwasgrab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Story Mode. Es hat etwas länger gedauert, ich weiß, es tut mir leid, in letzter Zeit, das Internet ist nicht auf meiner Seite. Das ist der Wahnsinn. Also, also im Vertrag steht 50, ich hab 0, problematisch. Aber nun gut, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Ja, wäre eine gute Idee. Ja gut, also dann lassen Sie mal das Esszimmer durchsuchen. Der weiße Kürbis. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut sie euch gerne an. War ziemlich spannend, wir haben eine Krone. Okay. Ja, schauen wir uns doch erstmal den Kamin an. Ich weiß nicht mehr ganz, was letzte Folge passiert ist, das ist für mich länger her als für euch. Macht ja auch Sinn. Aber nun gut, wir sollten glaube ich eigentlich ganz gut rein starten können. So, Esstisch, guck ich gleich an, ich will jetzt das Gemälde angucken, das macht mir Angst. Der sieht ein bisschen weird aus. Guck mir an, ich hab ein weißes T-Shirt an. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr, dass das so ultimativ weiß aussieht. Ich weiß nicht, ich kann das, wartet. So. Ich glaube, so ist es besser. Okay, was? Ich kann dagegen schlagen. Was ist das? Was ist das? Mit Redstone, ja, ja, klar. Aber, aber Redstone ist ja auch an sich nicht schwer zu verstehen, also finde ich, um uns abzulenken. Wir bringen das die schöne heilige Jacke. Bin sehr stolz da drauf. Sandfalle. Teleportier dich. Kein Problem. Im Übrigen, es sind wirklich YouTuber. Alle sind YouTuber davon. Größere, kleinere, je nachdem. Und es tut mir leid, dass ich die nicht kenne oder, also, oder nicht kannte. Wüsste auch nicht, woher ich sie kenne. Ich schaue nämlich sich sehr viel Minecraft auf YouTube an. Will ich den Knopf drücken? Okay, let's give this a shot. Just like before. Greetings, adventurers. I am the white pumpkin. Das wissen wir schon. Just like before. Just like before. Just like before. Just like before. And I will not rest until it is mine. Even if I have to resort to murder. Jesse! He's back! The white pumpkin's back! Don't worry everyone, it's just a dummy. A white pumpkin costume on an armor stand. Wer saß denn an dem Esstisch an diesem Platz? Was? 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 So you're saying that the white pumpkin is one of us? Ja, obviously! One of us is a murderer. Huh? Reagiert dieser Blitzer auf das? What? Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass so ein gescripteter Blitz ist. Also wer auch immer ist, er ist extrem schlau, er hat mehrere Knöpfe platziert, sodass man mehrere Leute verdächtigen könnte. Wir müssen weiter nach Beweisung. Jetzt irgendwelche Verdächtigen zu verhören, lohnt sich gar nicht. Wir haben auch null Beweise. Wir wissen nur, dass es viel zu viele Knöpfe gibt, die wir alle nicht zuordnen können. Also theoretisch. Ich kenne mich mit solchen Bereichen ja aus. Darf ich ganz kurz? Okay. Wenn der Mörder einer von ihnen ist, dann war es der, der als erstes, der mindestens schon rausgeflogen ist, damit er unentdeckt seine Taten vollbringen kann. Damit würde ich jetzt rechnen. Also jemand, von dem wir wissen, dass er nicht gestorben ist, aber verschwunden ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon einen gab. Das könnte der weiße Kürbis sein. Ich weiß es aber nicht. Oh, Sass. Ja, fände ich gut. Ein paar Antworten, zack, zack. So muss das. Ja, ich habe keine Ahnung, wer er ist. So, ich habe jetzt einfach mal den, einfach irgendeinen genommen, bei dem ich den Namen am besten fand. Und Stampy klang eigentlich ganz, ähm, amüsant, wenn ich das so ausdrücken kann. Genau. So, stimmt das jetzt eigentlich mittlerweile mit dem Mikrofon? Kann man mich gut verstehen? Obviously schon, ja. Ist okay. Stampy Cat, du warst es. Sind das auch die originalen Stimmen von den jeweiligen YouTubern, Streamern, etc.? Ich weiß das nämlich gar nicht. Du bist ja nervös. Ja, er ist nicht nervös. Ich bin nicht nervös. Das sagen sie immer. Er wirkt halt schon auf seine Art und Weise ziemlich sass. Oh, Dan. Den befragen wir als nächstes. Der wirkt sass. Oh, wow. Was ist das? Some sort of magic arrow? No, I've never seen anything like it before. Honest, you know, who would love this? Der hat eine coole Stimme. Also, falls es, äh, ein Synchronsprecher ist oder der YouTuber selber, auf jeden Fall eine sehr coole Stimme. Good with Potions, you say? Very good. Could probably even teach your class. Okay, enough dancing around. Who do you think took the Flint and Steel? Du. Der, er selber. I don't think it was ever actually stolen. Oh? Oh, yes. So, Dan got it ahead of Lizzie, right? And she was pretty angry about it. I think he made up that story about it being stolen. So she'd think he didn't have it anymore. Classic Dan move. Your excuse, Stampy. Thank you for your time. Ah, thank goodness. This room is making me very nervous. Der Typ ist ein bisschen sehr sass. Aber ich sag dazu jetzt einfach mal nichts. Nun, gut. Wir holen Dan. Der kennt sich mit Redstone aus. So wie ich. Und ich hoffe, wie jeder von euch da draußen. Oh, es ist der. Hey, I don't know what Stampy told you, but... I'm telling you, you've got the wrong guy. Honest. I would never hurt anyone. You've got to believe me. If anyone's been wronged here, it's me. That enchanted Flint and Steel everyone's talking about? I found that. That's mine. At least it was, before someone stole it. And now everything's gone completely crazy. People getting caught in horrible traps. Everyone accusing and blaming each other. Oh, I see. Someone stole your loot. You want revenge, huh? That about the long and short of it? Oh, no, 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 no. I just want what's rightfully mine. Der ist auch sass. Man, die haben sind... Die haben alle sowas an sich, was mich so... Der ist verdächtig. Aha. I'm not the white pumpkin. You've got to believe me. What can I tell you to convince you? Redstone, mein Meister. So, how do you rate your Redstone knowledge? Me? Puh. Not much. Not really my scene. You want to know more about that stuff? You should ask Stampy. He was the tribe of champion. Weird. Stampy said that you were pretty into Redstone. Haha. What? No. He's got me confused with someone else. I'm sure... Er hat sich am Kopf gekratzt. So, das ist ein Taisy. I've seen her do some amazing things with Redstone. Between you and me, I wouldn't be surprised if she was the one behind all of this. Know anything about this? Oh, wow. Uh, no, I've never seen anything like that before. No? Tipped arrows, not ringing a bell? Made using potions? Nuh-uh. But you want to know about stuff with potions? I've asked Lizzy. She's way better with that stuff than I am. Okay. Out with it. Who stole the flint and steel? Oh, well, Lizzy, obviously. She was jealous. Never got over the fact that I found it. Mann, hört doch auf, euch alle gegenseitig zu beschuldigen und macht mir die Aufgabe einfacher, Mann. Will damit noch fertig werden. Und wenn du mit Lizzy sprachst, nicht vergessen, über diese verrückte magische Arrows. Ich hoffe, sie will etwas wissen. Hat sie nicht vor. Danke, guys. Willst du in Lizzy? Das wäre toll. Danke, Petra. Jesse, hör, es gab viel Gespräche, die heute hier vorgebracht worden sind. Ich weiß nicht, was die Leute dir gesagt haben. Ich weiß nicht, was du glaubst. Aber ich will nur sagen, ich will nur sagen, ich will das flint und steil so viel wie jeder. Genug, um dafür zu töten. Also, aus diesen ganzen Aussagen. Bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen, wer es war. Du bist derjenige. Du hast noch nicht das Video geliked. Ich sehe das ganz genau. Ähm. Bist du gut darin fallen? Komm, wir fragen erst mal mit dem Pfeil. Erst mal den Pfeil. Tipp Darrow. Tipp Darrow. Kind of shoddy work, though. Definitiv nicht einer meiner, wenn du das fragst. Einige Nubes das gemacht hat. Was? Ja, ich wusste, was ein Tipp Darrow war. Ich bin ein guter Brewer. Das bedeutet, dass es mir ist. Ich habe Cassie und Stacey, wie diese Jahre zu machen. Nein, weil... Ich verdächtige niemanden, ohne einen handfesten Beweis zu haben. Bist du gut, einen Feind zu stellen? Redstone? Ever make traps with this stuff? I'm fine, I guess. I can make lights and doors and stuff. You want to do advanced stuff? You gotta talk to Stampy. He was the tri-block champion. Also, alle sagen, dass Stampy gut in Redstone war. Und Stampy meint, er hätte noch nie was... Er wüsste nicht, was Redstone ist. Hmm. Das wird... Das ist das, das auf jeden Fall... Es könnte aber auch sein, dass ich... Dass ich, ähm... Dich die zwei abgesprochen haben, um Stampy so mit reinzuziehen. Ich glaube, ich habe auch nur einen Verdächtigen. It's time to return to the others. So? Have you decided? Yes. Who do you think the white pumpkin really is? Hang on. Hang on, everyone. First of all, I want to thank everyone for answering my questions. There's still not 100% proof of anyone, but... But... Yes. Where are your suspicions, Lady Jessie? Jessie was definitely questioning Stampy the longest. What? No! Dan was in there way longer. Hey, not cool. Guys, guys, come on. Having talked to all the key witnesses, I think it might be... Stampy Cat. No, that's crazy talk. Absolute crazy talk. Is too many light? The one with the Redstone chops to make all these traps. No, 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 no. You can't really believe this. Can you? I'm thinking we lock him back in that library. Hold him there till morning. Sounds like a good plan. Sorry, Stampy, but we can't take any chances here. Oh, come on. I'm Stampy Cat. Mr. Stampy. I'm no white pumpkin. I find the Stimme immer noch episch. Yeah, that was certainly so exciting. Yeah, no kidding. If the white pumpkin is still roaming around, you might try to set up one trap. You might try to set up one trap. You might try to figure out how this works. You might try to figure out how this works. Er muss ja zugesehen haben. Das sehe ich aber auch so. Oh, ein Creeper. Mit Kochmütze. Sehr cool. Da kann man durchgucken. Ähm, also ich sehe das ja so, aber... Wäre das nicht ein bisschen too obvious? Ich glaube nicht, dass der The White Pumpkin irgendwie... Doch! Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das ist ja wirklich ein... Okay, ich hätte gedacht, dass der White Pumpkin... The Fakes einbaut, so... Like, okay, hier war er so. Aber er war gar nicht da, er war woanders. Aber so wie es auch sieht, doch nicht. Dann lass uns mal weitergehen, da Starby hier auf der richtigen Spur zu sein scheinen. Schallt das hier so in den Raum, oder ist das... Seltsam. Schauen wir es dann? Es geht noch weiter. Das Problem, was ich habe, ist, dass wenn jetzt wieder einer stirbt, dann weiß ich, dass es nicht... Stampy ist. Nein! Stopp, 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 stopp. Entschuldigung. Will ich da wirklich gucken? Das Kaninchen. Das sieht weird aus. Es ist die Library. Wenn ich das richtig sehe, scheint Stampy aber nicht sicher zu sein. Hey, ich muss mit dir sprechen. Oh, Dan, was du hier machst? Ich habe in den Blond-Guy, Lukas, aber ich muss mit dir sprechen. Es ist wirklich wichtig. Es war ich. Ich habe die Sparkles. Was? Du bist der Blond-Pumpkin. Oh, was? Nein, 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 nein. Ich versuchte, es war ein accident. Aber, Dan, accident? Really? Ich schwöre, ich hatte keine Ahnung. Es war dieses Button. Ich habe keine Ahnung. Ich musste es pushen. Ich hatte keine Ahnung, was es tun würde. Und jetzt fühle ich mich total. Da ist einer drin. Aber es ist nur... Das ist ein bisschen hart zu glauben. Dann gehen wir ihn an. Ich weiß, ich weiß. Wir haben ihn gesehen. Er ist da. Wir werden ihn aber safe nicht kriegen. Und dann hast du ihn in den Blond-Guy? Ich musste einfach in den Blond-Guy. Ja. Die Spinnen sind egal. Hol den weißen Pumpkin. Mach doch dieses Bild erst kaputt. Das Gemälde. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich habe mich falsch entschieden. Es ist nur ein Videospiel. Ja. In echt würde ich... Würde ich ihm helfen. Aber für das Videospiel würde ich dann einfach versuchen, ihn zu bekämpfen. Allein da durchrennen, weiß ich nicht. Mach es halt noch gruseliger. Kein Problem. Nicht gut. Ob wir ihn jetzt aber da kriegen, sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeig es gerne mit einer positiven Wellung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und ciao, ciao, Leute. Und wer den Technologies hier wichtig? Geist dumm. Ich bin Peach. Und wenn ich... Wenn ich jetzt boo, liebe ihnen sind. Das cheese two. Ja. Dann gibt's. Ich bin Jin. Bic.